Hallo, ich bin Esther, die Pflegerin von David Will, und ich möchte euch zeigen, unser Sonnigeschrank. Wir haben eigentlich immer zwei Sattel. Bremse, Vorderzeug, Stiefel, Rücksack, Jackett muss auch. Mega wirklich, Süßigkeiten. Also die aller, aller wichtigsten Sachen für mich, die Nagellack. Und für David ist die Batterie für sein Handy. Ich fahre immer aufs Turnier mit den Pferdern und da aufs Turnier soll ich alles organisieren eigentlich. Für die Pferde natürlich, die Boxen. Und ich fliege die Pferde und ich mache alles fertig für David.